Nächste Runde versuchen so wenig Fehler wie möglich zu. Wie immer. Und es beginnt schon scheiße. Und wir laden nochmal auf. Ist ja nicht so schlecht. Das war aber nicht gut. Bisher bin ich zufrieden. Okay funktioniert. Hey, tatsächlich bin ich sehr, sehr, sehr zufrieden. Das wird ein Scheit. Okay, das klappt nicht. Das wird kein schöner Part. Genau in der Mitte müssen. Auch schon wieder falsch. Wieder falsch. Komm. Jetzt klappt's. Shit. Wir sind ziemlich gut gerade. Muss ich sagen. Oh, kacke. Was? Was? Oh nein. Oh nein. zum Prägnis werden hier. Fuck. Nicht mehr viel. Dumm, dumm, dumm. Nein, 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 rechts, rechts. Fuck, 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 fuck. Nicht mehr viel, nicht mehr viel. Yes, yes. Kann ich denn jetzt was machen? Was habe ich denn gerade... Wo habe ich denn gerade was aktiviert? Wofür? Wann? Gehen wir mal runter. Aber... Ne, oder auch nicht. King, your troubles, let us... Achso, hier, das ist... ist das neu? Ja. So, da drüben. Das war's noch nicht. Herzlose Bastarde. Oh, das ist schon hier, ganz gut. Meint ihr, wir haben nicht genug gelitten? Wir haben genug gelitten. Das Ding ist zu schnell Jo Shit Scheiße Oh, wir haben die Tür jetzt aufgemacht Ich hoffe, das ist jetzt immer noch so Wir müssen also nur noch einen kleinen Teil machen Nur einen kleinen Teil erledigen Also Kleinen Teil meine ich Wir können noch übelst krass auf die Fresse fliegen Egal Hä, what? Ich habe alle angetippt Und zwar Okay. Okay. Ich hatte gehofft dieser Part kommt raus. Oh nein. Äh. Jetzt können wir aber nach rechts laufen. In dem Part sind wir tatsächlich soweit entwichen, aber... Naja. Macht das Ganze nicht irgendwie besser. Ich weiß gar nicht wo wir hin sollen. Ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht wo wir hin sollen. Verdammt. 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 Ach komm. Häh. So. Verdammt. 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 Dort- Whoa. Das doch Mist. Das ist hardcore, ey. Shit. Ich glaube, mit dem einen Leben können wir auch nicht mehr viel anfangen. Können es trotzdem noch versuchen. Oh, doch nicht. Passt. Shit. Macht es nicht besser, wenn wir den Part immer wieder hier auch neu machen müssen. Also. Immer der erste, ne? Dann kriege ich nicht hin. Nachdem wir schon 50 Mal vorbei hier gelaufen sind. 50 Mal gemacht haben. Ich war überrascht, dass er genau da und da war, als er wieder war und nicht weggegangen ist. Ich war überrascht. Es hat trotzdem besser geklappt als gedacht. So. Ich halte den nächsten Part trotzdem nicht für einfach oder irgendwie irgendwas in der Art. Ah, holy eh, holy. This is how you treat your king? With death. Shit, zu langsam. Und ähm, muss wieder mein... So. Oh. Fast. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Ich will ja nicht sagen, dass keine Leerkurve da ist, aber irgendwie. Alles nur mäßig. Ich erreiche. Boah. Oh Gott. Ich will mich doch nicht mit so einem Scheiß. Kommen wir auch gleich hier raus, oder nicht? Okay. Paranoia. Infolgererscheinungen. Spiels. Ich sehe nicht, ob wir stoppen müssen. Sollten wir nicht. Das ist scheiße, weil das bringt mir nichts, weil ich nicht die richtigen Sachen dabei habe. Ich brauche nur eine Bank. Kann ich meine Sachen switchen? Oh, ich will keinen Kampf jetzt direkt. Wie sollen wir denn... Bitte nicht. Ich will nur eine Bank. Nein, will ich nicht. Dieser Raum ist perfekt für den Kampf. Ich habe nur lange nicht die Sachen dafür. Kampf wird schnell vorbei sein. Ich habe einfach nicht die Sachen mit. Ich will keinen Kampf benötigen. Wenn ich gewinnen will. Sagen wir so. Können zwar auch Leute mit meiner Skillung hier gewinnen, aber ich nicht. Oh, ich will nicht. No cost to trade. No blazing kin, only one light shall shine against the dark as the worm becomes beacon, and minds expended yield to the vote, eternity and promise and charge in progeny and cursed. Now I'm curious what we can do. Ah, I can tell you. King Soul? We were still on the throne. Soul of Wyrm, soul of the root, outer void. Das war meine Abenden in der Achterbahnfahrt. Ich muss wissen, was es bringt. Geil. Ich möchte so schnell wie mit dir speichern. Ich hoffe, das versteht ihr. So, jetzt sollten wir auch Meister im Parcours sein. Ohne Probleme sollten wir alles schaffen an Jump'n'Runs. Das war so eine Scheiße. Wir haben es ja auch nur mit Glück für jeden Fall geschafft. Glück spielt eine ganz große Rolle. King's Soul. Der 5 kostet. Die Frage ist nur, wo können wir jetzt damit hin? Wo öffnet sich die Tür für uns? Im Void. Im Void. Abyss. Nicht Void. Abyss. Abyss. So. Abyss wird das ausgesprochen. Abyss. Im Void. Wurde doch erzählt. Hornet hat doch gesagt, hier wurdest du also geboren. Abyss. 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 So, das war links oder? Okay, ich dachte es wäre hier. Okay, dann müssen wir da runter. Oh. Ne, zu viele hier. Ich dachte hier wäre gar keine vorher, oder? Ich bin grad nicht sicher. Oh oh, holen wir hier unsere Leiche ab? Wenn wir da drin sterben. Ich weiß nicht was es ist, aber... Haben wir hier unten nur eine Bank? Nein, natürlich nicht. Also runter. Also. Also.